Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge Bloodborne hier auf dem Kanal The Northern Way of Life, der auch mir gehört und dem Digi-Held. Ähm, wo bin ich? Ich bin der Dre und ich renne hier etwas... Aha! Okay, also man kann nur schießen, man kann nicht zielen oder was? Kann nur schießen. Ey, drei Aktionen wechseln, aber ich vermute, das ist nur der Hinweis. Okay, schade. Ich hätte jetzt gedacht, man kann damit irgendwie irgendwo hin zielen. Gegenstand voraus, okay. Hier oder was? Oh, Schatz. Äh, dass man damit zielen kann und sich vielleicht irgendwo ein Pfad frei ballert oder was? Uh, da ist die letzte. Jetzt habe ich acht Stück. Ich muss unbedingt wieder zurück. Ich muss leveln. Ne, doch. Neun. Neun Stück sogar schon. Da hinten liegt ein Item. Äh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt wieder an der Laterne rauskomme. Ne, ne. Das Gefühl ist falsch. Oder doch? Ne. Ne, wirklich nicht. Aber eine Laterne wäre mal ganz cool mittlerweile. Oh Gott, ist das hier dunkel. Scheiße, wo bin ich, Alter? Hm. Okay. Ne, geh den regulären Weg. Guck dich erstmal so rum. Das ist aber auch riskant hier auf so dunkle Fässer schlagen. Mit Axel zu zweit bin ich damit schon mal in die Luft geflogen. Sollen das Spinnenweben sein? Wenn ja, sind sie ganz schön schäbig, meine Freunde. Wieso leuchten hier einige Fässer? Was wollt ihr mir damit sagen? Was? Da hinten ist der Dude. Das ist kein normaler Dude. Ich würde fast vermuten, dass das so ein... Oh, dass das so ein Spielertyp ist. Und dann, dann, dann... Ach, Kacke. Na gut, da kann man sich frei bewegen. Hier ist kein Abgrund oder sowas, ne? Ach du Scheiße! Was ist das denn? Was bist du denn für einer? What? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh Gott, ich drücke alle Knöpfe auf einmal. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Wieso habe ich die Waffe gewechselt? Oh, Kacke. Oh, Kacke. Und noch mal, noch mal. Und noch mal. Alter, was ein Arschloch. Was ist das denn, ey? Hoffentlich kommst du nicht wieder. Oh Gott. Ja, den habe ich auch wirklich nur ganz knapp jetzt überlebt. Das war wirklich Glück, glaube ich. Skill? Aber auch ein bisschen Glück. Wie geht denn jetzt hin? Alter, das sind schon wieder viel zu viele Möglichkeiten hier. Oh Gott. Ja, nee. Ist klar. Das sind Standardgegner. Wollt ihr mich verarschen? Oh, nee. Lass mich. Du bist doch von Resident Evil viel geklaut, Alter. Ja, bitte. also wird er wiederkommen und die werden alle wiederkommen und nein ich meine laterne ausgemacht ich glaube ich habe erschreckend meine laterne ausgemacht kann das sein hier ist ein hebel der gerät funktioniert derzeit nicht du bist wahrscheinlich da runter gesprungen oder what the fuck hast du denn finde geiles schwer du hast auch überlegt und dann bist du gesprungen und hast es nicht überlegt hey aber vielleicht schaff ich das nein wieso funktioniert der gerät derzeit nicht naja gut okay jetzt ist der typ dahinten getot ich will dann nicht wenn das jetzt die standard gegner sind die mich hier erwarten verlange ich jetzt sofort eine laterne oder eine abkürzung zu der laterne oh gott bitte oh leute ich bin total angespannt gerade das ist ja echt heftig das ist übrigens auch der grund warum ich die souls reihe eigentlich sogar als horrorspiel als horrorsurvival spiel bezeichnen würde weil man ist ja tatsächlich immer unter anspannung man muss immer überleben man muss fahr ich jetzt mit hoch ja wahrscheinlich komme ich jetzt da oben ja hier wo er runter gesprungen ist ja gut typ aber wieso konnte ich das ding dann jetzt nicht hochziehen wahrscheinlich weil ich es erst einmal benutzen musste ja horrorsurvival action rpg japano nach westlicher machart da ist ein item ich muss mir ich muss mir das alles angucken das ist wenn ich darunter falle komme ich da nicht wieder hoch oh god rasendes kite und ich habe mich auch schon so oft erschrocken was bist du denn ich meine ich habe nach neuen gegnertypen gefragt okay aber was zum teufel ich habe immer noch kein molotov gekauft was jetzt so kundkameraden wir wussten warum was hin dann sie Das geile ist ja, jetzt habe ich echt noch ein bisschen Schiss vor den Viechern. Und wenn ich sie erstmal abgerafft habe, wie ich sie schnell besiege, jetzt gehe ich ja so ziemlich auf Nummer sicher, auf Abstand und mit aufgeladenem Angriff, lasse sie auf mich zukommen. Glänzende Münzen, jawohl, endlich wieder glänzende Münzen. Wahrscheinlich brauchen die nur zwei normale Schläge und dann sind sie im Arsch. Und das geht natürlich so, sag ich doch. Und schon ist die Angst weg, der Respekt bleibt natürlich. Vor allem weiß ich auch nicht, ob sie mich vergiften, aber ich gehe sehr stark davon aus. Das scheint auch eine einigermaßen gute Reichweite zu haben. Ja, sie vergiften mich. Okay. Ja, danke. Mittlerweile bräuchte ich davon auch keine mehr. Gott, ey, die können sich hier in dem Büsch auch echt gut verstecken. Ich habe völlig die Orientierung gerade verloren. Wo komme ich her? Von hier? Oh Gott, wenn ich hier irgendwo runterfalle, bin ich bestimmt auch am Arsch. Von hier komme ich. Hier ist ein Weg. Niemals den Weg verlassen. Was ist da hinten? Was ist denn das hier? Das sieht eklig aus. Ab und zu mal auf den Fokussierknopf drücken. Das, falls sie ein Gegner ist. Das fiese ist ja, solange sie sich nicht bewegen. Kann es auch sein, dass man... Also kann man sie nicht anvisieren. Ist ja bei vielen Gegnern so. Wenn die da einfach so rumliegen oder so, dann kannst du sie nicht anvisieren. Erst wenn sie sich bewegt haben oder wenn man sie angegriffen hat. Und das kann natürlich hier bei denen genauso sein. Gott. Oh, nee. Okay. Okay. Oh Gott, sind die stark. Oh, oh, oh. Wat, wat, wat? Ruckel, ruckel, ruckel. Nur der eine? Klang mir wie mehrere. Ich muss echt giftresistenter werden. Aber ich will auch nicht diese weiße Rüstung anziehen, weil die war ziemlich für den Arsch. Ja, gut. Ich glaube, man kann hier aber auch seine Rüstung nicht aufwerten, oder? Ich habe zumindest noch keine Möglichkeit dazu gesehen. Meine Rüstung zu verbessern. Wow, Typ, Mann. Oh Gott. Das Schöne ist ja, irgendwann ich werde hier vermutlich noch sehr, sehr oft langlaufen. Und dann weiß ich, wo diese Viecher sind. Und muss hier nicht mehr so vorsichtig rumlaufen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich renne hier direkt in den Boss rein. Und der Boss wird irgendein ekliges Schlangenviech sein. Hinweis. Blutstein voraus. Ja, Wahnsinn, den hätte ich auch so genommen, du. Sogar zwei. Wieso sollte ich da runterspringen? Versuche springen, hier. Hier ist ein Feuersche, da ist ein Gegnersche. Ich hätte ganz gerne mal wieder ein Laternchen. Boah, ein Laternchen hätte ich echt gerne. Dann würde ich echt direkt zurückgehen in die Hubworld, leveln. Vielleicht sogar meine Waffen ein bisschen aufbessern. Auf jeden Fall meine Waffen aufbessern. Oh, Mann. Oh, ist denn das andere? Das ist gerade echt stressig und anstrengend. Dieser Nebel, der macht es auch nicht so viel besser, ey. Und ich habe auch überhaupt keine Orientierung. Ich weiß gar nicht, wo ich bin und wo ich schon war und von wo ich herkomme. Und wo ich hin muss. Ich habe das Gefühl, ich sehe die Gegner gar nicht mehr richtig. Das freut es einfach. Experten-Blut-Egelstein. Der sollte doch mal ein bisschen... Ich will jetzt eine Laterne haben, verdammte Kacke. Oh, Gott. Ich kann auch eigentlich gar nicht... Ich meine, ich rede die ganze Zeit. Aber ich merke, wie mein Mund immer trockener wird. Oh, Gott. Das hört sich nicht gut an. Oh, Gott. Bist du ein Boss? Wenn ja, was machst du hier? Das ist kein Boss. Das sind normale Gegner. Wollt ihr mich verarschen? Ich will nicht mehr, Mama. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich sage doch Horrorspiel, ey. Alter, ich verjagte gerade. Was ist das denn? Ach so, ein Typ. Ja, ja, ja. Ich weiß. Ich sollte zurückgehen. Ich sollte wirklich zurückgehen. Ich weiß aber nicht, wo ich zurückgehe. Oh, was denn? Jetzt sind sie nicht nur am Boden. Jetzt sind sie auch noch über mir, oder was? Da unten ist was. Ich brauche Molotow-Cocktails und ich brauche Quecksilberkugeln. Oh, nicht. Nein. Oh, ja, natürlich. Da sind auch noch Kleine mit dran. Ist klar. Oh, Gott. Kann ich hier runter? Nicht ohne zu sterben. Und ich will hier weg. Kann ich da runter, ohne zu sterben? Kann ich vielleicht hier runter? Nee, kann ich nicht. Wieso schießt du nicht auf mich? Nee, Alter, da sind ja noch... Da hinten sind noch mehr. Nein, 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 nein. Ich muss lesen. Ich muss lesen. Doch, nicht? Doch. Ach, Gottes Willen. Das auch noch. Entschuldigung. Dankeschön. Oh, Gott, ist das alles stressig gerade. Wie komme ich denn jetzt wieder weg? Ich kann dann... Ich will ja nicht runterfallen. Dann verliere ich meine... meine Echos lieber im Kampf. Aber nicht... wenn ich hier irgendwo blöd runterfalle. Ich renne da jetzt hoch. Leck mich am Arsch. Ich renne da jetzt hoch. Lass mich in Ruhe. Ich renne jetzt zurück. Oh, Gott. Wo bin ich? Hier war ich schon. Okay, hier war ich schon. Ich glaube, hier bin ich richtig. Das sieht ganz gut aus. Oh, Leute. Das stresst mich gerade echt unheimlich. Hier war doch noch so ein mehr oder weniger Geheimpfad hier. Genau. Den gehe ich noch lang. Oh, da hätte ich rüberspringen müssen. Okay. Das kriegen wir hin. Das kriege ich hin. Da riskiere ich meine Echos auch für. Oh Gott, bin ich verrückt, ey. In der Hoffnung, auch belohnt zu werden für mein Risiko. Was ist das? Zeit für Schleichangriffe. Ich soll Schleichangriffe machen? Oder was? Erinnerst du dich an Schleichangriffe? Nein, oh Gott. Nein, erinnere ich mich nicht. Wie kann ich denn Schleichangriffe machen? Schleichangriffe ist effektiv. Oh, nein. Das ist so ein Arschloch. Mit so einer riesen Axt. Der mich anspringt. Der mir 30.000 Echos klaut. Ich habe mich gerade am Kopf gekratzt. Oh Gott. Meine Hände sind ganz spitzig. Angenommen, der verhält sich normal. Aha! 5000 Echos. Wow. Das hat sich gelohnt, meine Damen und Herren. Das hat sich gelohnt. Oh Gott. Das ist einstrengend. Ist das eine Laterne? Ne, ist nur ein Feuer, ne? Wow, Gott. Hier, komm. Ihr kriegt alle... Ihr kriegt alle im Positiven. Ich erinnere mich an Schleichangriff. Ist aber ein bisschen verwirrend. Weil es gibt ja keinen... Keinen richtigen Zeit... Äh, Zeit. Keinen richtigen Schleichangriff in der Art. Nur, dass man halt vorsichtig rangeht. Und dann mit einem aufgeladenen... Und dann war der gestunt. Und dann habe ich ihm den Rest gegeben. Er hat ja noch ein bisschen was. Ich dachte erst, er wäre tot. Deswegen habe ich nicht direkt angegriffen, als er gestunt war. Oh Gott. 38.000 Echos. Zwei Level-Ups und die Waffe. Ich könnte sie jetzt vielleicht sogar schon auf Plus 7 kriegen, oder? Ich weiß ja nicht, wie viele Zwillingsblutsteinscherben ich brauche. Genau, einen Fahrstuhl habe ich hier. Hier oben war ich noch nicht. Ne, offensichtlich. Noch eine. Alter Schwede. Alles klar. Dann mache ich mich jetzt auf den Weg zurück in die Upworld. Oh Gott. Ja. Ich glaube, wenn das jetzt irgendeiner sieht, der das Spiel kennt... Warte mal. Bin ich denn? Ich bin nicht da, wo ich dachte, wo ich wäre. Irgendjemand, der das Spiel kennt, sieht das jetzt und denkt sich... Ah, haha, ja. Okay, ich wollte gerade sagen, denkt sich... Mensch, Typ, geh doch noch ein Stück weiter. Da ist die Abkürzung zu der Laterne. Und zack, hier ist die Laterne. Ja. Geilo. Upworld leveln. Boah. Okay, erstmal die Waffe plussen. Soweit wie ich damit komme. Ah, Jägeraxt. Ja, bitte. Ein Blutsteinbrocken. Ich habe es geahnt. Ah, das ist ja doof. Na gut. Ach so, weil... Stimmt, auf plus vier brauchte ich ja schon einen Zwillingsblutstein scherben. Dann ist klar, okay. Äh, dann würde ich die aber ganz gerne erstmal hochziehen. Weil die tatsächlich echt gut ist. Plus fünf. Ich kriege ja genug. Äh, habt ihr ja gesehen. Den Hammer machen wir auch mal auf plus vier. Also. Dann reparieren wir den ganzen Kram nochmal. Brauche ich schon gar nicht. Wann muss ich die Dinger denn reparieren und wann nicht? Dann habe ich noch nicht so ganz verstanden. So, und jetzt gucke ich mal hier. Experten. So, hier. Was ist denn da jetzt anders? Stumpfer Angriff. Brauche ich auf dem Ding, glaube ich nicht. What? Plus 12,6%. Das ist krass. Aber insgesamt ist das für mich jetzt hier nichts. 12,6%. Stumpf ist ja für die... Für den Hammer dann ganz gut. Oh, jetzt hätte ich hier sogar ein Dreieck draufpacken können mittlerweile. Okay. Oh, guck mal. Oha. Ja gut, geladener Angriff plus 0,4 würde ich entfernen, aber... Langsame Giftresist... Ach nee, Gift-Effekt. Ah, okay. Scheiße. Ich dachte kurz, ich würde... Eine höhere Giftresistenz bekommen. Ja, komm, nehmen wir das, ne? Dreieck habe ich, glaube ich... Genau, hier drauf. Schneller Gift-Effekt. Nehme ich hier wieder runter und packe sie auf meine Hauptwaffe. Ist ja sinnvoller. Oh. Neh, das ist es nicht wert. Habe ich da überhaupt schon was drauf? Ja, habe ich. Genau, stimmt. Die habe ich auch noch direkt verbessert. Das war vorher auf der Donnerbüchse. Okay. Oh, ich komme hier. Was wollte ich jetzt gucken? Ich wollte irgendwas gucken. Ach, leveln wollte ich noch. Genau. Leveln wollen wir noch. Hi, Puppe. Ich möchte leveln, bitte. Und zwar ziehe ich jetzt... Das Geschick. Soll ich das Geschick erstmal auf 20 hochziehen? Also der Angriffsschaden wird dadurch erhöht und die physische Abwehr wird erhöht. Und wenn ich jetzt die Ausdauer, die Stärke hochziehe, wird auch dasselbe. Gut, Stärke natürlich dann... Dadurch dann ein bisschen mehr. Soll ich die Ausdauer noch weiter hochziehen? Guck mal, sehr viel... Mehr Punkte bringt das tatsächlich nicht. Zwei Punkte sind... Äh, zwei Level sind vier Punkte. Das ist nicht viel. Vitalität hochziehen? Oh. Das lohnt sich. Ja, dann ziehe ich erstmal die Vitalität hoch. Auf jeden Fall, ey. Ho, ho. Wo mögelt ihr? Alles klar. Äh, dann noch einmal in den verbotenen Wald und dann ist die Folge auch gleich zu Ende. Und ich glaube, dann höre ich auch erstmal auf, ey. Das ist mir echt zu krass gerade. Es ist ja noch früh im Tage. Und das bedeutet ja, ich kann im Grunde auch noch ein bisschen was aufnehmen. Weil Bock habe ich schon. Bock habe ich auf jeden Fall. Jetzt hätte ich direkt an den Krähen mal ausprobieren können. Aber dann ist der gar nicht hier runtergesprungen. Wo ist der denn dann runtergesprungen, der Typ? Oh nein, jetzt sind ja die Jungs wieder da. Ey, easy peasy. Gar nichts los. Wovor hatte ich denn Schiss? Ey, eine Vierer-Kombo und die sind am Arsch. Achso, das war ja auch da hinten. Das war ja gar nicht hier vorne. Okay. Okay. Ach ja. Vielleicht sehen wir sogar noch einen Boss in dieser Folge. Ich glaube aber, wenn ich auf die Uhr gucke, nicht. Aber jetzt muss ich mich hier erstmal wieder durch diese Schlangenknäuel hier durchkämpfen. Ach shit, jetzt habe ich natürlich die Molotows vergessen. Wieder mal. Weil ich es einfach nicht gewohnt bin, Items zu kaufen. Normalerweise findet man sie einfach. Oh, was machst du da anvisieren, Mann? Also ich habe die Kollisionsabfrage jetzt schon ein paar Mal gelobt. Aber dass sie an den Bäumen, also dass sie die Bäume ignoriert, finde ich jetzt gerade ein bisschen merkwürdig. Ist natürlich für mich ein Vorteil, auf jeden Fall. Aber merkwürdig finde ich es trotzdem. Ich glaube, ich mache sehr viel Schaden. Ich habe jetzt nicht die Zahlen von eben noch im Kopf. Ich glaube, die waren bei 290 oder sowas, ne? Kann das sein? Sehe ich ja dann. 350 bis 360 ist schon. Kann man machen. Oh, du bist ja direkt vor mir. Haha. Tschüss. 494. Das ist ja auch immer so geil an Rollenspielen, ne? Dass da die Zahlen immer aufkommen. Und du siehst ja unmittelbar deine Verbesserung. Das macht ja auch so den Reiz an Diablo aus. Du grindest dich da durch. Wie bekloppt er immer weiter, immer weiter. Findest ein geiles Item. Nach ein paar Stunden. Setzt es ein. Und siehst auf einmal viel höhere Zahlen. Und du machst viel mehr Schaden. Und du hältst viel mehr aus. Also das macht für mich den Reiz aus. Das Besserwerden. Und zu der Souls-Reihe kommt halt dann noch dazu, dass man nicht nur... Nicht nur dein Charakter... Also dein Spielecharakter wird besser. Sondern auch du als Spieler wirst natürlich besser. Das ist ja hier jetzt das perfekte Beispiel. Eben noch ängstlich hier durchgelaufen. Vor denen hier richtig Panik ab. Und jetzt... Scheiß noch drauf. Ich lass ihn nicht mal verwandeln. Einfach, weil ich diese Spiele... Spiele und lerne und durch diese Welt gehe. Es ist ja einfach... Ich liebe... diese... Spiele. Und ich kann sie einfach nur jedem empfehlen. Beißt euch da durch. Ich weiß, es ist schwer. Und es ist nervig. Und es stresst. Und es... Kann frustrierend sein. Aber die Belohnung... ist diese... diese harten... diese harten Glücksgefühle. die man bekommt, wenn man besteht. Wenn man weiterkommt. Wenn man... Wenn man merkt, man wird besser. Man kann dieses Spiel besiegen. Das ist einfach unbeschreiblich. Es ist einfach wirklich ein Rausch. Es ist... wie eine Droge. Und man wird süchtig danach. Und man freut sich darauf, das wieder spielen zu können. Wenn man es kann. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Das erste Dark Souls hatte ich ein halbes Jahr zu Hause. Habe es mir zu Weihnachten schenken lassen. Habe es dann reingeschmissen mit einem Kumpel zusammen. Ich glaube, das habe ich tatsächlich schon mal erzählt. Aber egal. Vielleicht schaltet hier auch jetzt erst jemand ein. Habe es reingeschmissen mit einem Kumpel zusammen. Habe gesagt, hier, lass uns mal reingucken. Das soll echt mega krass schwer sein. So, durch das Tutorial... in Anführungszeichen... habe ich mich noch so durchgeschummelt. Und dann... habe ich den ersten NPC angegriffen. Ja. Und konnte einen neuen Spielstand anlegen. Habe ich dann auch gemacht. Habe dann auch weitergespielt. Und habe dann... Weiß gar nicht. Die Untotenburg... Weiß gerade gar nicht, ob ich bis zu dem Dings gekommen bin. Nee, wie heißt der? Zu dem Zertrauren. Weiß ich gar nicht. Zu dem ersten richtigen Boss. Glaubt nicht. Habe dann ausgemacht. Habe es ein halbes Jahr liegen lassen. Und dann gab es von Game One, von dem Klauschangriff, der Podcast... Gab es irgendwann einen Dark Souls, Demon's Souls Podcast. Den habe ich mir angehört. Ey, Leute, wenn ihr den gehört habt und hört, wie Eddie und... Eddie und Etienne, wollte ich sagen. Wie Eddie und... Trant am Schwärmen sind. Über dieses Spiel. Ich glaube, Dennis Richtarski ist auch noch mit dabei. Muss man das einfach spielen. Ja, und wie gesagt, dann habe ich mir einen Guide geschnappt. Vom guten Blue Mord. Direkt den Platin-Guide. Und... Ja, habe mich angesetzt und habe es gespielt. Und habe gekotzt und habe mich schimpft und habe mich da durchgebissen. Und es hat sich gelohnt. Und es hat geklappt. Das... Das war es wert. Es hat einfach völlig meine gesamte... Art zu spielen. Meine gesamte Sicht auf Spiele... verändert. Jetzt gehe ich einfach runter ohne Kommentar. Auch nicht schlecht, ne? Was bist du denn für einer? Was bist du denn für einer? Ach, ich überziehe jetzt noch ein bisschen. Hier unten gucke ich mich nochmal um. Arkan Blut Edelstein. Von dem Viech hier? Nicht von der Leiche. Okay. Hey, was sind das für coole Viecher auf einmal? Wieso... Wieso falle ich hier runter? Also gehe ich hier runter und habe auf einmal komplett... komplett andere Gegner. Geil. Ach, du Scheiße! Einen Moment. Drückhalten müssen. Mäßig ums Blut Edelstein. Was bist du? Ach! Nö! Im Ernst? Oh, ihr seid zwei. Oh, ne. Ihr erinnert mich an die... Magier. Boah. Aus Dark Souls 2. Lass die auch mal von mir ab. Ey, guck mal. Die Waffe ist richtig gut. Ey, dieses Gegner-Design ist so... Hammergeil. Linksläufige Metamorphose. What? Okay, ich würde sagen, das gucken wir uns noch an und dann muss ich diese Folge wenden und... Ja, komm, ich hänge noch eine dran. Nee? Ach, den Mandelstein habe ich ja auch noch. Wo ist denn das Ding? Da. Linksläufige Metamorphose. Eine der Metamorphose-Runen erhöht die Ausdauer. Äh, Karül... Birgenwörfs Runenspied hinterließ dieses Symbol. Das verdrehte Kreuz bedeutet... Für mich ist das fast ein Hakenkreuz, aber na gut. Bedeutet Metamorphose. Wenn die Rune linksläufig ist, fördert sie Ausdauer. Die Entdeckung des Blutes ließ ihren Traum der Evolution zur Wirklichkeit werden. Metamorphose und die Ex... Was? Die Exzesse? Metamorphose und die Exzesse und Unstimmigkeiten, die folgten, waren nur der Anfang. Jetzt soll ich das Ding verwenden. Ich verwende... erhöht die Ausdauer. Die maximale Ausdauer plus 10%. What? Kann man die einfach so verwenden. Muss man die auf eine Waffe packen? Vermutlich. Ich wollte diese auch voll gewenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Äh, f... Ja. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, danke fürs Zusehen nochmal. Macht's gut. Euer Dre sagt Tschüss und ich winke euch zu. Ich versuch's zumindest. Ich winke halt. Dankeschön. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich auch, wenn ihr uns ein Abo dalasst, falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Außerdem findet ihr uns auf Google+, Facebook und Twitter, wo ihr noch mehr Infos bekommt und immer auf dem neuesten Stand bleibt.